Was geht ab leute Zane ist wieder da und zwar mit dem One Piece Kapitel Review zu One Piece Kapitel 941 mit dem schönen Namen The Talk of Ebisu Town Also das Gespräch von Ebisu Stadt Und warum hört sich auf Englisch immer alles besser an? Mann! Naja auf jeden Fall beginnt das Kapitel damit das Fuku Rukuchu ich glaube so hies er im Schluss von Orochi ist und mit Orochi darüber reden möchte, denn sie haben wohl endlich den Witching Our Boy gefangen und seine Identität ist wohl für Orochi ziemlich interessant. Diese aber trauert natürlich immer noch Kumarasaki und sagt Fuku Rukuchu soll endlich verschwinden und er hat keinen Bock auf irgendeinen kleinen was ist ich was Dieb und wie auch immer. Auf jeden Fall stürmt aber Orochi in seine Drachenform beziehungsweise in seine Orochi Form raus zu Fuku Rukuchu ich finde diesen komischen Namen irgendwie seltsam. Naja auf jeden Fall Orochi wundert sich warum ist dieser Typ noch am Leben also diese Witching Hourboy. Das heißt der ist wohl doch irgendwie in irgendeiner Form ein alter Bekannter. Auf jeden Fall haben sie jetzt nun den Plan ausgeheckt das sie gleichzeitig irgendwie Kumarasakis Beerdigung feiern wollen und gleichzeitig ein Exempel an dem Witching Hourboy statuieren wollen. Also sie wollen ihn hinrichten lassen und sind wir doch einfach mal gespannt wer es ist. Denn eines kann ich euch verraten das werden wir in diesem Kapitel noch erfahren. Und mein Kleiner zerlegt gerade einen Karton. So die Szene switcht rüber zum Udon Prison wo Queen endlich erfährt dass Kumarasaki tot ist. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui wie er anfängt loszuheulen nicht mehr normal ich meine der hat ja Kumarasaki auch ziemlich 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 geliebt. Wobei ich immer noch nicht sicher bin ob er auf Männer oder auf Frauen steht oder ob wie auch immer oder auf beides. Wer weiß? Sei auch jedem überlassen. Wir haben keine Vorurteile. Ähm aber irgendwie ist's ja komisch mit seinem hier Okama Style den er irgendwie hat. Aber vielleicht auch irgendwie nichts wir wissen es nicht. Schauen wir mal ob da irgendwie was kommen wird. Auf jeden Fall tauchen plötzlich Ruffy und Hio auf und die zwei haben sich leicht verändert, denn sie sind ein bisschen dicklich geworden. Wie wir dabei erfahren, ist auch wohl gleichzeitig das Lieblingsessen von Queen überall aus dem Gefängnis verschwunden. Also können wir wohl mal, wenn wir jetzt mal die drei Fragezeichen spielen, davon ausgehen, Fett? Fett? Kein Essen? Sicherlich haben Ruffy und Hio das Essen gegessen und das wird Queen verdammt böse machen. Also selbst seine eigenen Leute trauen sich nicht, es ihm zu erzählen, weil die Nachricht über den Tod von Komorazaki und dass sein Essen weg ist an einem Tag. Queen wird abgehen, ich sag's euch. Dann wechselt die Szene wieder rüber nach Kuri, wo das Hauptgebäude von Shuten Marus Banditenbande ist und dort steht einfach plötzlich alles in Flammen. Ähm, Shuten Marus Bandit sagt, dass es wohl vor jemand war von Kaidos Bandit, ähm, sie sind sich aber irgendwie nicht so ganz, ganz sicher. Auf jeden Fall möchte Shuten Maru, der jetzt ziemlich pisst ist, hingehen und denjenigen... Ihr wisst, was ich mein. Dann switcht die Szene nochmal rüber zu Kinemon und zu Inuarashi, die sich unterhalten und irgendwie scheint das so, als wären wohl Kinemon und Inuarashi dahinter gewesen wegen dem Feuer. Die wollten wohl irgendwie in irgendeiner Form Shuten Maru anstacheln, dass er die Kaido Piraten noch mehr hasst und sich so ihre Sache anschließt, um gegen Kaido und Orochi zu kämpfen. Ähm, das wäre, das wäre echt Hardcore, dass die zwei einfach mal so einen Wald abfackeln, einfach nur damit einer mitkämpft. Krass. Naja, dann kriegen wir wieder einen Sprung. Also dieses Mal switcht die Szene hin und her, das geht gar nicht mehr, klar. Wieder in Kuri in Bakura Town und zwar sehen wir dort, wie hieß denn der nochmal? Ja, Holdem, genau. Ja, und der spricht auch wieder davon, dass, ähm, er wohl endlich lange wollte, dass Shuten Maru rauskommt und dass Shuten Maru wohl bei einem Feuer sterben wird. Was wieder implizieren lässt, dass doch er irgendwie schuld war an einem Feuer. Also das ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden innerhalb des Kapitels. Wenn ihr da besser durchgecheckt habt, das ist mein Handywecker, kurzen Moment. So, ähm, wenn ihr da besser durchgecheckt habt, schreibt es so einfach mal in die Kommentare, hat jetzt Kinemon und Inorashi das Feuer gelegt oder Holdem seine Bande. Ich hab da jetzt nicht so ganz durchgeblickt, das war mir jetzt ein bisschen zu hoch. Dann springen wir rüber auf die andere Seite von Wano Kuni nach Ringo und zwar zum nördlichen Grab, wo sich ja momentan Kumurasaki und Zoro befinden. Dort taucht plötzlich Brooke auf, der sich erstmal entschuldigt. Oh nein, ich wollte dich einfach eindringen, weil er sieht, dass zwei Leute da auf dem Boden liegen, schlafend. Was er dann erst sieht ist, dass es nämlich Zoro ist, Kumurasaki und auch die kleine Toko liegt daneben. Also drei Leute, um ehrlich zu sein. Ja, er sieht Kumurasaki und Brooke ist ja ähnlich wie Sanji und, wow, ist die geil, Mann. Yes. Ähm, er wundet sich erstmal ziemlich und ist auch gleichzeitig ziemlich eifersüchtig auf Zoro. So, natürlich fragt er auch Kumurasaki wieder, ob er ihre Höschen sehen darf, aber auch das darf er mal wieder nicht. Ob Brooke irgendwann in One Piece mal ein Höschen zu sehen bekommt, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall wundert er sich auch, dass Kumurasaki die jüngere Schwester von Momonosuke ist. Ähm, sie haben halt eben kaum Ähnlichkeit und was weiß ich was. Und er erzählt halt, dass er halt sozusagen als Geist umhergewandert ist und alle Leute erschreckt hat, pipapo. Kumurasaki bringt dabei einen lustigen Spruch und zwar, ähm, na Zoro, wie hat es dir denn gefallen neben mir zu schlafen? Normalerweise sind die Männer immer ganz glücklich, wenn sie neben mir schlafen konnten. Ja, Zoro reagiert da jetzt nicht so drauf wie ein Sanji es würde zum Beispiel. Ähm, Brooke erzählt, dass eben dieser Witching Hourboy gefangen wurde. Kumurasaki ist ganz erschrocken und sagt, fuck, hey, die Identität war doch jetzt so lange geheim. Und Brooke verrät uns hierbei jetzt auch, wer der Witching Hourboy ist. Und zwar sagt er irgendwas, Yasuo. Ja, ich glaube, so hieß er. Und dann bringt er einen interessanten Satz und zwar sagt er, was noch wichtiger ist. Dieser Mann scheint tatsächlich, und dann bricht der Satz auf einmal ab, weil Toku dann rumschreit und sagt, fuck, das ist mein Vater. Und sie fängt an loszurennen. Weißt du nicht, was die kleine Toku da anstellen will, aber natürlich will sie erstmal ihren Vater nochmal sehen, bevor er hingerichtet wird letzten Endes. Das ist ja mehr als logisch. Kumurasaki möchte hinterher, auch Zoro geht hinterher. Ja, und ich denke mal sicherlich, dass Brooke auch mitkommen wird. Er wird jetzt nicht alleine in dem Haus rumhocken. Dann sind wir wieder in der Hauptstadt im Flower Capital, wo jetzt so langsam mal die Beerdigung von Kumurasaki anfängt. Beziehungsweise diese Trauerfeier ist ja keine Beerdigung. Sie haben ja keinen Körper, denn Kumurasaki lebt ja eigentlich noch. Ähm, alle Leute heulen, wie auch immer. Und plötzlich sehen wir, dass eben jemand gekreuzigt wurde. Und dieser jemand ist niemand anderes als Tonoyasu, der gleichzeitig der Witching Hourboy ist. Und wir erfahren sogar hierbei noch mehr, denn sein eigentliche Name ist nicht Tonoyasu, denn sein eigentliche Name und Titel ist Lord Yasui. Dam dam dam. Er war wohl auch in Daimyo, zu früheren Zeiten. Haben sie komischerweise alle erst erkannt, wo er sein Kopftuch weggenommen hatte und sein komischer Riesen-Igel-Afro rauskam. Der sieht wirklich cool aus irgendwie, muss man sagen. Ähm, und er war wohl auch ein Unterstützer von Oden Kozuki damals. Und das würde jetzt auch erklären, wieso er eben diese geheime Botschaft lesen konnte und, 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 und. Auf jeden Fall hängt er da jetzt gekreuzigt da, aber er verliert sein Lächeln nicht. Denn das ist das Schöne daran. Und er sagt uns noch was Interessantes. Und zwar, er möchte sich für genau zwei Sachen entschuldigen und möchte dem Idioten Orochi eine Sache sagen. Natürlich erfahren wir in diesem Kapitel nicht, was das ist. Und da wird wohl noch was Großes, Großes auf uns zukommen. Da bin ich mal gespannt. Naja, wie hat euch das Kapitel denn letzten Endes gefallen? Schreibt es einmal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben und einen kleinen Klick auf den Abo-Button würde nicht schaden, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, könnt ihr das mittlerweile auch über Patreon tun. Ist aber komplett freiwillig, denn ich werde keinen Content hinter irgendeiner Paywall verstecken. Das heißt, auch wenn ihr nicht irgendwie auf Patreon oder sowas abonniert, könnt ihr trotzdem jeglichen Content von mir sehen. Ja, ich muss jetzt zur Arbeit, deswegen muss ich heute ein bisschen hektisch machen. Deswegen war auch das ganze Video ein bisschen hektischer heute unterwegs. Uiuiui, eine Dreiviertelstunde habe ich noch, um mich zu richten. So, wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.